Das Promi-Geflüster, ein letztes Mal aus dem Europa-Park bei Immer Wieder Sonntags Backstaged im Jahr 2012. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter, aber heute habe ich noch zwei liebe Kollegen an meiner Seite und ich sage mal, stellt euch doch mal ganz kurz persönlich selber vor. Ja, ich bin Kathi, ich bin vom Promi-Pool und wir haben viel Spaß beim Schlagen. Und ich bin Sandro aus der Schweiz und Programmchef und Programmleiter von FM1 Melodie. Sehr schön. Also wie ihr schon gehört habt, wir haben alle drei was mit dem deutschen Schlager zu tun und da kam uns gestern eben die Idee, wie es so neudeutsch heißt, vernetzen. Wir wollen noch mehr Informationen an euch weitergeben, sei es mit Videos, sei es mit irgendwelchen Blogs und beim Schreiben und so weiter. Also ich denke, das ist bestimmt eine gute Idee. Wie denkt ihr darüber? Auf jeden Fall, super Idee. Die Idee vernetzen, hat Frank ja schon gesagt und ich denke eben auch mit den Videos, die wir beide auch machen mit vielen Künstlern, viel auf Schweizerdeutsch, ihr könnt eine neue Sprache lernen und natürlich eben auch kommt man so viel größer an das Künstlerfeld heran. Du triffst die einen, wir treffen die anderen und so ergibt sich ein großes Portal mit vielen Neuigkeiten. Auf alle Fälle denke ich doch auch, dass wir da bestimmt euch noch mehr Informationen liefern können und es wird bestimmt interessant, also immer mal wieder reinschauen. Zum einen auf der Seite von der Kati, die lautet wie? www.promipool.de Und die vom Sandro? www.fm1melody.ch oder bei YouTube einfach Swiss Filmteam eingeben. Genau und natürlich auch bei www.promigeflüster.de, wo ihr ja sowieso schon reingeklickt habt. Also gleich jetzt zu Beginn hier nochmal kommt Michael Wendler, ganz spektakulär und lasst euch auf weitere interessante Gäste hier aus dem Europapark noch freuen. Promi-Geflüster hinter den Kulissen, Backstage bei Immer Wieder Sonntags, die letzte Folge hier aus dem Europapark für die Saison 2012. Und spektakulär heißt das neue Album von meinem... Ja, ich bin übrigens der Wendler, er wollte mich gerade vorstellen. Genau, richtig. Servus, schön, dass du dabei sein. Genau, hat er schon gemacht, sehr gut. Zu früher Stunde, sagst du vorhin gerade eben, das ist ein bisschen ein Problem für dich. Du bist jetzt nicht der Morgenmensch. Also ich bin kein Frühmensch und das ist immer sehr schwierig für mich, morgens früh aufzustehen. Wer kennt das nicht, ja? Ich bin eben nachts immer sehr aktiv und mein Körper hat sich dann auch schon daran gewöhnt, immer mitten in der Nacht hellwach zu sein. Und dann musst du ja immer noch nach Russ. Also Russ liegt ja, vielleicht wissen das die meisten nicht, am Arsch der Welt. Und wir sind gerade hier so, obwohl die Leute natürlich alle total lieb sind. Also es lohnt sich immer wieder nach Russ zu kommen. Die Stimmung hier ist ja wirklich Bombe, muss man sagen. Aber der Ort liegt wirklich weit vom Schuss. Ich wohne ja im Zentraldeutschland, kann man ja so sagen, im Ruhrgebiet. Und da ist es besonders schön, aber es ist natürlich auch weit von Russ entfernt. Und da muss man erst mal nach Russ kommen. Macht man aber immer wieder gerne. Und jetzt bin ich hier. Genau, das freut uns natürlich auch. Aber du hast ein neues Album, Spektakulär, haben wir gerade schon erwähnt. Heißt es, hat den Titel, was ist so das Spektakuläre bei der neuen CD, bei dem neuen Album? Ja, zum einen die vielen Experimente auf dem neuen Album. Also wenn da einer dabei ist, der sagt, hey, jede Nummer hört sich gleich an, der hat das Album sich nicht angehört. Zum einen, weil ich mein erstes Duett auf dieser Nummer veröffentlicht habe mit einer weiblichen Person, die ich übrigens selber gecastet habe in einer RTL-Sendung, die ich mal hatte, der Wendler sucht den Schlagergott. Und Annika Ciclo wurde Dritte. Und die Stimme hat mich von Anfang an fasziniert. Deswegen habe ich dann mit ihr auch diese Produktionen umgesetzt. Zwei Nummern sind drauf. In the Heat of the Night und A Miss Your Lover. Jetzt werden viele sagen, Englisch. Es ist aber eine deutsch-englische Nummer. Und das funktioniert wirklich spektakulär. Meine Schatplanfirma war zwar skeptisch, aber jetzt sind sie hellauf begeistert, weil die Fans das so toll finden. Zum anderen, der Sound hat sich weiterentwickelt. Die Texte haben sich weiterentwickelt. Ich bin ja älter geworden. Ja, ich bin ja jetzt schon ein alter Mann. Und da weiß man ja, wovon man dann auch redet. Schreibt die Songs selber. Und da gab es wirklich eine große Weiterentwicklung. Ich habe da noch etwas ganz Besonderes für meine Fans vorbereitet. Und zwar habe ich ein 3D-Cover als Album-Cover produzieren lassen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Weil meine Tochter, die ist zehn Jahre alt, im letzten Urlaub von diesen komischen Wackelbildern, da sind so Tiermotive drauf geschwärmt hat. Und die musste es unbedingt haben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, lasst uns weitergehen da am nächsten Stand. Nein, sie musste es unbedingt haben. Und die hat mich erst auf die Idee gebracht, mal wieder ein Album auszubringen, das man alleine nur wegen dem Cover schon haben muss. Und es hat mich einfach getroffen, dass immer mehr Fans mit ausgedruckten, computerausgedruckten Covern zu mir gekommen sind, zur Unterschrift. Die CD war dann auch noch eine gebrannte. Wenn das so weitergeht, dann kann natürlich kein Künstler existieren, schon gar keine Schallplattenfirma. Und Leute, wenn ihr keine CDs kauft, ja, dann gibt es bald keine Künstler mehr. Und zwar nicht nur Schlagerkünstler, da werden sich natürlich einige freuen, nein, sondern es gibt auch keine internationalen mehr. Also irgendwo muss man da schon am Boden bleiben. Auch an der Fälle. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, biete den Fans was ganz Besonderes. Und so ist diese 3D-Geschichte entstanden. Also es klingt, ich denke mal, es ist nicht ganz so schwierig, so ein 3D herzustellen, oder? Oder ist es auch etwas Spektakuläres? Das ist sehr schwierig und sehr teuer. Also noch mehr Spektakuläre Sachen? Absolut, also da muss ich wirklich Chapeau meiner Schallplattenfirma mal Danke sagen. Danke, Sony Areola, dass die das mitgemacht haben. Sie wollten erst nicht, weil das ungewöhnlich war, im deutschen Schlager sowieso. Aber ich habe mich dann Gott sei Dank durchsetzen können. Und jetzt sind alle hellauf begeistert. Hey, wir haben einen Top-10-Einstieg geschafft. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Es gibt ja doch noch ein paar Leute da draußen, die den Wendler mögen. Und vielleicht sogar das 3D-Cover. Genau, damit sage ich jetzt einfach mal viele Informationen, viel Spektakuläres. Kauft euch die CD, dann seid ihr genauso spektakulär wie Michael Wendler. Ja, danke. Und damit alles Gute und schöne Zeit dir und viel Erfolg mit der neuen CD. Dankeschön. Danke. Und auch hier wieder bei Immerwider Sonntags mit dabei die Meierhofener. Allerdings, wenn ich so in die Runde schaue, Erwin, ihr habt wieder ein neues Gesicht dabei. Seit wann habt ihr ihn mit? Und stell dir mal kurz vor. Das soll sich selber vorstellen. Oder so. Der hat Stimme genug. Okay. Ja, stell dir mal kurz vor, namentlich. Und wie lange bist du schon bei den Meierhofenern dabei? Ja, einige werden mich wahrscheinlich noch kennen. Ich war ja 13 Jahre bei den Hegel aus dem Zillertal mit dabei. Für die, die es nicht wissen, ich bin der Ulle. Ursprünglich aus Ginzling im Zillertal und bin jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr bei den Meierhofener mit dabei. Doch auch schon wieder, wie die Zeit vergeht. Und der Geigen-Opa aus Tirol, das ist immer noch die aktuelle CD. Wie läuft es gerade so an? Was habt ihr für Termine? Wo seid ihr überall zu sehen? Die ist schon ausgelaufen, also vom Verkauf her. Weil der Jöchler hat mir erzählt, er hat keine mehr. Jetzt muss er ein paar nachdrucken. Nein, jetzt sind wir einmal da bei der Sendung. Und dann sind wir unterwegs auf die Bühnen durch Österreich und dann Südtiroler bist und dann Deutschland, Bayern und so weiter. Und dann haben wir unser Horuckfest vom 4. bis 7. Oktober. Und ich freue mich, dass an meiner Seite in all diesen vielen Jahren immer wieder junge Burschen dazukommen. Es gibt neue Elemente, es gibt neue Energie, es gibt auch neue Reibungspunkte. Und das macht die Musik letztendlich aus. Und die Gesellschaft und die Freude wird dadurch nie getrübt, sondern sie wird immer freudiger. Weil wenn ich streiten kann, in gesundem Maß, der kann er nicht gut machen. Und ich freue mich. Und der Geigenoper natürlich ist ja auch ein ganz, wie soll ich sagen, gefälliger, origineller Titel, der nicht erfunden ist, sondern einfach passiert ist und gelebt. Also und damit zeige ich jetzt euch mal noch einen schönen Sonntag. Viel Gutes gelingen für euer großes Fest. Anfang Oktober. Und ich glaube, vom 4. bis 7. Vom 4. bis 7. genau, jetzt haben wir es nochmal ganz genau, 4. bis 7. Oktober ist auch wieder der Almabtrieb, gell? Ja, ja, das ist da, weil, das machen sie eigentlich deshalb, weil wir es fest haben da. Die Bauern warten da immer. Das ist eine gute Kombination. Ne, ich habe es ja schon mal erleben dürfen. Ich weiß doch, wie es ist. Also tolle Sache. Wer wirklich noch Zeit findet, wirklich hingehen, es lohnt sich. Ja, auf alle Fälle. In der Erlebnis-Szenerei in Mayerhofen mit vielen Gruppen, wir haben einen Marktbücher dabei, wir haben die Zeltbücher dabei, die Junge im Ball, der war dabei. Großes Programm. Ja, ja, also es geht immer drei Tage durch und auch traditionell haben wir immer am Donnerstag unsere Gipfelmesse, so gehört es für einen Tiroler ohne Heiligenschein. Und du weißt eh, was das heißt. Bist ein Tiroler, bist ein Mensch. Wo bist du her? Ich bin Baden-Württemberg. Bist ein Tiroler, bist ein Mensch, bist ein Baden-Württemberger. Bist mein Freund. Gut, prima, das sehen wir. Also, viel Spaß euch. Danke euch. Bis bald. Macht's gut. Servus. Servus.